guck guck, da ist er wieder herzlich willkommen zurück zu Jack Zock Blind Shadow of the Tomb Raider mit der wahnsinnig sexy Lara Croft jo, und jetzt gehts weiter in ein Grab jetzt geht Lara und ich zusammen in ein Grab, komm Lara wir haben hier hinten letztens, ich hoffe das ist noch offen, ja da drüben sind wir schon eine leckere Kletterwand hier dran, komm keine Zeit zu verlieren da müssen wir bestimmt viel abseilen na was denn nun ups jo, komm können wir? gut vorwärts jetzt einmal suchen wir einen Lager für die Blöden und hier das einen Lager nach dem nächsten jo, jetzt haben wir uns kurz ans Lager gesetzt und ja was haben wir denn hier? ach ne, du sollst dich nie ans Lager pflanzen du sollst hier das Ding da aufheben jo jetzt lies mal jetzt hör auf dich dann weg zu Lara 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 du kriegst ne Arsch voll ich sags dir jäh Dokument direkt vor mir wo? nach hier unten oder was müssen wir hier runter was ist hier war grad was oder war das wegen dem blauer ja achso was ist hier unten achso hier muss irgendwo das dokument sein was will ich haben klingt nach ärger ach was wo ist denn das und noch weiter unten gehen wir mal noch fahren wir mal ran das ist immer mehr gehen wir einfach mal hier lang irgendwas werden wir schon finden wo wird drüben eigentlich hin bestimmt bestimmt ich sehe schon wieder mal gar nichts wenn wir dann sich jetzt noch nicht mal mehr abseilen oder was alles voll ja ja nicht mehr tragen feuerpfeuer abschließt ja wort's doch mal ab nimmst doch mal mit alles voll vielleicht kann ich mehr gas aus dem mund freisetzen dafür habe ich nicht genug platz was ist hier ich will das ganze zwecke mit dem wo ist das kann sie wieder nicht mitnehmen was denn hier was soll hier lang merkwürdig ob wir dann auch wieder zurück die ja xyl sind auch hier oder die schweiler oder 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 BUT geht sie mal runter oder geht sie tief runter möglich ich kann nicht mehr tragen hm Nee, hier sieht's gefährlich aus. Wir kommen hier scheinbar auf jeden Fall zurück. Hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vergessen, um Dach zu gucken. Ja, 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 ja. Ja, nimm mal Pfeile mit. Was? Oh. Ich brauch eine Explosion, damit die Plattform schwingt. Ja, halt doch mal die Klappe, Mann. Jo. Ja. Dafür hab ich nicht genug Platz. Oh ja, ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Halt doch mal so bockig zu sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, wir haben mal gucken, wo du hier überall lang kannst. Wo drüben ist was angemollt. Das sieht aus, als ob du überall dort lang kannst. Äh. 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 Wie auch lang. Ja, ich muss das Gas freisetzen. Ja, jetzt suchst du. Jetzt suchst du erst mal Worten, Mädel. Hier. Hier, nimm. Und Lys. Jo. Angeblich sämtliche Geheimnisse der drei Existenzebenen kennt, durch die der Weltenbaum wächst. Jo. Äh. Ui. 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 Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hey. Hey, kommst du ja. Alles voll. Ich kann mich nicht mehr tragen. Wo denn? Die menschliche Fackel. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Ja. Ich brauche eine Explosion, damit die Plattform schwingt. Ja, hör doch mal auf. Ich brauche eine Explosion, damit die Plattform schwingt. Ja, ich schwing auch gleich mit dir mit, Lara. Auf. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ja. Wo bin ich? Lara? Ach nee, wir sind doch hier wieder sonst wo. Ach, wo sind wir hier schon wieder? Ja. Ja. Ja, hier bin ich überall schon angelaufen. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Ja. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Ja, ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Bis zum Schluss. Mit dem Arschloch zum Ober auch wieder da. Ich hasse das mit den Jack-Tools, Leute. Ja, ehrlich, bei aller Freundschaft. Ja. Ja. Das kann ich in manchen Sachen immer hundertmal machen, weißt du. Ja, wie komme ich jetzt auf diese hessische Plattform rauf? Ja. Na? 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 Ja, ich bin ja jetzt erst hier hoch. So. Doch zugleich. Wie sie ganze, wirklich mal, wende mal mit mir reden, sollst ihr Mädel. Na, jetzt war da ja. Na ja. Schasse. Na? Da wird er nie auf. Könnt ihr auch noch machen. Ach, da oben ist das Ding, was ich haben will. Na? Ja, und hier hoch. Da, das da. Also, mit sowas würde ich mal zum Ortsgelände gewesen. Ich will ja selber husten ja noch immer noch. Aber das klingt echt gefährlich, was ihr dort habt. Ich muss die Plattform losschneiden. Ja, immer mit der Ruhe da. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter und sammeln hier das Ding ein. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ich muss die Plattform losschneiden. Ja, ist ja gut. Was haben wir denn hier noch? Mumpeln. 2, 4. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Hä? Ja, jetzt hangel sie dich erstmal hier rüber. Komm. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. Und du 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 du. Eine Explosion würde die Plattform anheben. Eine Explosion würde die Plattform anhebeln. Natürlich habe ich keine Feuerpfeile mehr. Wie soll ich hier eine Feuerpfeile herstellen? Lara, es tut nicht so. Äh! Ich soll das halbe Grab nochmal machen. Wo bin ich jetzt? Natürlich. Oh! Oh, Kogmian! Na? Oh, Plattform anheben Dann dort rüber muss ich oder weiß Ne, von dort bin ich gekommen Äh Erstmal guck ich mir das an Achso Also ich muss zurück oder was Ja, ach nee Ich bin in die falsche Richtung gesprungen Warum muss ich nochmal diese Idioten machen Was dreht denn da? Ach, Mann Ich habe schon zweimal dort gemacht, Mann Dafür habe ich nicht genug Platz Wirklich hase, dass ich diesen Checkpoint gemacht habe Hoffentlich jeden, jeden Spaß hier Das ist alles Oh 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 Na? Das ist doch mal Hey Das ist mich verarschen Wie schießt denn du die Feuerpfeile in hier? Was ist denn das mit dir? Ja, ja, hört zu husten Hier lang. Was? Och nee. Ich muss die Plattform losschneiden. Ich muss die Plattform losschneiden. So. Du röchelst mir hier schon wieder einmal rum. Jetzt gucke ich mich erstmal hier um, was es hier noch alles zu finden gibt. Ja, jetzt bleibt doch mal friedlich. Und von dort dann hier rüber hangeln oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich muss die Plattform losschneiden. Äh. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Platz rum los. Ich muss die Plattform losschneiden. Da oben. Warte mal, gibt es hinten noch was? Ich muss die Plattform losschneiden. Oder bin ich von hier auch gekommen? Und dann will ich den halben Weg nochmal rennen. Ich muss die Plattform losschneiden. Hä? Hä? Welche Plattform losschneiden? Ich muss die Plattform losschneiden. Ich will erst das Becherchen haben. Wo ist der Scheiß? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Noch weiter oben? Oder? Wo bin ich jetzt angekommen? Jo. Hm? Ich muss die Plattform losschneiden. Jetzt wirst du warten. Das hier. Primitive Puppe. Es scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ja, so was hat man schon. Jo. Da hat man ja alles. Ich muss die Plattform losschneiden. Monolithen freigeschneiden. Jawohl. Na. Keine Ahnung. So. Plattform. Warte hier. Alles voll. Ich kann mich betragen. Ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Ja. Da habe ich nicht genug Platz. Genau das habe ich mir gedacht. Ich renne hier rein und Lara will mir wieder zeigen, dass sie irgendwie alles besser weiß. Muss ich jetzt erst auf die Plattform und rauf oder was? Ich würde nie wieder alles hundertmal machen müssen. Warte, 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 warte. Gut. Jetzt gehen wir hier drauf. So. Und jetzt? Ich muss doch alles hundertmal machen. Es ist nicht mehr weit. Ich muss die Plattform losschneiden. Ich muss schon wieder. Schieß doch mal auf den Kübel dort, Mensch. Ich muss die Plattform losschneiden. Dieses automatische Gemache, das ist ehrlich, das ist... Warte mal, warte mal, wo war'n das jetzt hier? Option. Äh. Gameplay. Kamera automatisch. Kamera Zielmodus. Halten. Halten zum Zielen. Wiederholter Tastendruck. Halten. Umschalten. Halten. Nee, ich will, dass dieses automatische Zielen auf die Fiegerworte... Äh. Wo ist denn der Mist? Wird schon mal Grafik, Gameplay. Nee, das hat man gerade. Hat man gerade. Audio und Sprache. Maus. Maus. Keine Ahnung. Ich muss mal... Da muss ich mal nachgucken. Wo man das ändert. Das ist nervig. Das ist sowas von nervig, Leute. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Habt ihr mich schon wieder abgesetzt? Ich muss die Plattform losschneiden. Ja, ich muss die Plattform losschneiden, ich weiß. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie dich hier abgesetzt haben, Mädel. Das ist gerade nicht einfach. Wenn ihr verreckt und dann hier irgendwo rauskommt. Ach, hier. Lauf. Da, hüpf hoch. Oh, Plattform losschneiden, ja. Oh. Okay. Dokument haben wir, äh, die Becherchen haben wir mitgenommen. Ja, ja. Ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Lara. Jetzt fang ich mal wieder mit dem Theater an. Jetzt was machst denn du? Ach, Leute. Lass mich zum Blattform anheben. Ja, ich brauche. So, komm ich jetzt hier auf die Plattform drauf. Was krieg ich hier noch? Ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Ich brauche eine Schmerz-Bürgerte. Ah, der war. Ich muss die Plattform los. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur da rein. Hey, das war dieses... Leute. Ja. Ich will auf den Kübel zielen und dieses Vibe zielt auf diesen verdammten Gründen darauf. Was ist denn das für eine abartige Spielmechanik? Ich muss die Plattform losschneiden. Ich will den Kübel haben hier. So. Ich muss die Plattform losschneiden. Ja, du musst schon wieder die Plattform losschneiden. Leute, ehrlich, Leute. So, Entschuldigung, dass ich hier manchmal ein bisschen ausflippe, aber solche komischen Mechaniken, die mir das Spiel ja versauen, das ist scheiße. Ich muss die Plattform losschneiden. Ja, jetzt schneid doch endlich diese verpfiffigte Plattform hier los, Mensch. Ja, wenn ich mir jetzt noch sag, wo ich hin muss. Ich versuch's mal anders. Wartet mal. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Natürlich habe ich vergessen, dass sie drüben... Na, komm, zurück, ja. Komm. Ja, ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Ja, ich hab's ja begriffen. Und du? Wieso hast du die Pistole hier auf der 3? Was ist denn das mit dir? Wo sind denn die Waffen, sag du mal? Auf der 1 ist der Pfeil, auf der 2 soll die Pistole liegen. Ich drück auf die 3 und die nimmt die Pfiffpuff hier. Muss ich das jetzt noch mal... Ich drück auf die 3. Hier, das Ding soll's da haben. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ja, jetzt wartet doch mal ab. Was ist denn das für ein Ding hier? Das soll doch etwas Automatisches sein. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. So, hier. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ja, jetzt wartet doch mal mit deiner Kletterei. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Do, ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Do, Klettern, um den Balken zu erreichen. Dann mach hier oben. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ja, so. Klettern. Klettern wir mal. Oh, hier war ich erst schon, aber okay. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Welchen Balken? Ach, den da. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ah, hier ist beruhigt. Aber das nächste, was ich mache, wa? Ja, Leute, wie gesagt, das wird im Geziele, Leute, aber ich... ...ah, ich habe nicht genug Platz. ...ah, ich habe schon gesagt. ... Gunst des Sonnengottes. Sind sie im Kampf, die Kampfnoten wird ihre Gesundheit einmal sofort für lage gestellt, zu, wird zwischen Kämpfen erneuert. Ja, hat es auch immer. So, Baum des Lebens. Ja, Grab abgeschlossen. So. So süße, jetzt müssen wir hier bloß wieder rauskommen. Ja. Wie gesagt, ich werde mal nachgooglen, ob ich das irgendwo ja ausschalten kann. Dieses Auto eben gemacht, oder was? Das ist hier. Das ist scheiße, ist das ehrlich. Da könnte mir die Wurst kommen. Das drüben, da war ich hier. Halt' ich fest. Äh, ja, so. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Haben wir jetzt hier alles Schätzchen mitgenommen, ja? Ja, das wahre Schätzchen habe ich hier dabei. Komm, Lara. Ja, hier ist Lara, dafür kannst du nichts mit dem Geziele hier. Das sind die Spiele, die sie dir gegeben haben. Ja. Ja. Und das nennt man dann, das Ganze nennt man dann Verbesserung, oder Update, im schlimmsten Fall. Ich nenne das Ganze, ich kann nicht mehr tragen. Ich nenne das Ganze dann Up, downgrade. Und jetzt? Ja, und du? Da oben? Äh, Das sieht mir gefährlich aus, Lara. Oh, ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ist der Rückweg oder der Hinweg? So, jetzt sind wir hier natürlich wieder. Und hops. Ja. So, hier lang. So, ja. Ja, habe ich mich wieder näher richtig umgeguckt, Lara hat dich totgestutzt dafür. Und jetzt hier? Halt dich doch mal fest, dort. Hier hoch. Komm. Wir gehen jetzt nur noch aus dem Grabe raus, und dann machen wir Feierabend für heute. Dann sollte es genug sein. Ja, ist genug. Wo ist ich jetzt hier? Warte mal. So, da hoch. Hier rüber. Und da. Ja. Schön festhalten, Lara. Nie wieder blöde machen, hier. Ähm, heute zum vierten Advent hier. Wenn die Folge rauskommt. Morgen, Heiligabend. Hoch oder runter? Hoch. Äh, hier. Da lang. Baume, Baume, Baume. Ja. Was sie für springen hier machen, kannst du jetzt, kann der kein normaler Mensch. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, wieder bei der Unlogik werden. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Höhe, hier und hier. Darüber. Höhe, hier. Ob ich die Heilige Abendsfolge gleich aufnehme, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, die werde ich jetzt noch nicht aufnehmen. Die Weihnachtsfolgen, die will ich extra machen. Oh, hier ist unser Lava. Hier ist noch Hefte. Äh, sind wir hier wieder. So, dann verteilen wir noch Fähigkeitenpunkte. Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind hier schon wieder überfällig. Ja. So, Lara. Nee. Nee. Du widerspenstiges Biest. Du drehst dich immer weg. Das machst du nur hier drinnen. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal raus hier. So, bedankt euch für Lara, dass du hier, nicht in die Kamera gucken will, wenn ich hier Schluss machen will, mit euch. So, wo ist das in Lara? Das war aber auch hier irgendwo. Hier, Rucksackdurchsuchung. Lara, der Begriff bitte recht freundlich, sagt dir was? Ja, komm, bitte recht freundlich. So, die Leute wollen sich hier verabschieden von dir heute. Sollst du dich heute von den Leuten verabschieden? Ich muss mich von den Leuten verabschieden heute hier. Komm. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch trotz meiner Ausraster wegen diesem Auto eben hier ein bisschen gefallen. Damit sage ich euch, sage ich, einen schönen vierten Advent. Morgen zu Heiligabend kommt natürlich auch eine Folge. Jeden Tag. Das bleibt trotzdem stehen, mit den 18 Uhr jeden Tag. Shadow of the Tomb Raider. Und um 16 Uhr Gothic. Ja, ähm, damit sage ich, wie gesagt, schönen vierten Advent. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.